Für dich persönlich läuft es ja gerade sportlich sehr gut. Es fühlt sich an, als wärst du jetzt richtig bei St. Pauli angekommen. Was sind deine persönlichen Ziele für die weitere Saison? Ja, man kommt auf jeden Fall langsam im Tritt. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt natürlich noch ein paar Siege einfahren, weil der Sieg steht dann doch schon über der persönlichen Leistung meiner Meinung nach. Da will ich dann einfach noch dem Team weiterhelfen. Klar sind meine Ziele, dass ich jetzt noch weiter natürlich auf einem guten Niveau performe und mich weiterentwickele dann auch. Schön schön. Und wie habt ihr euch jetzt die Woche noch vorbereitet für das Spiel gegen Jan Regensburg? Ja, es wird kein einfaches Spiel. Die Regensburger sind auch ein ekliger Gegner, hat man auch letzte Woche gesehen, wo die gegen Schalke gespielt haben. Von daher müssen wir direkt da sein von der ersten Minute an und vor allem haben sie auch mit ihrer Größe natürlich eine Wucht, die da kommt. Aber da sind wir froh heute.